Jetzt im Juli gibt es einige Planeten zu sehen und auch die Sommersternbilder sind jetzt prominenter am Himmel platziert. Wenn es euch interessiert, was es diesen Juli so alles am Himmel zu sehen gibt, bleibt dran und vergesst auch nicht meinen Kanal zu abonnieren. Unten ist ein kleiner Button, ihr wisst schon. Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, gab es diesen Juni eine kleine Videopause von mir hier bei YouTube, aber jetzt sollten dann wieder etwas mehr Videos kommen. Aber jetzt zum Thema des Videos. Heute geht es um die astronomischen Ereignisse und den Sternenhimmel im Juli 2022. Das Sommerdreieck mit einigen Objekten, die auch für Einsteiger gut zu sehen sind, sind im Juli wieder etwas höher zu sehen. Und die Erde befindet sich Anfang des Monats in Sonnenferne. Zunächst aber zu den Planeten im Juli. Merkur geht Ende Juli um ca. 15 Minuten vor 22 Uhr Sommerzeit unter. Allerdings verschwindet er bereits im Horizontdunst und ist so im Juli nicht zu sehen. Die Venus ist weiterhin am Morgenhimmel zu sehen. Am 2. Juli zieht sie nahe an Aldebaran vorbei, der selbst aber in der Morgendämmerung nicht zu sehen ist, weil es dort schon zu hell ist. Im Laufe des Monats verspäten sich die Aufgänge der Venus von ca. 3.26 Uhr Sommerzeit auf ca. 3.51 Uhr. Am 12. Juli ist die dünne Mondsichel bei der Venus zu erkennen. Der Mars steigert seine Helligkeit und seine Aufgänge verlagern sich auch etwas nach vorne, sodass er am 31. Juli um ca. 0.24 Uhr Sommerzeit aufgeht. In der Nacht vom 21. auf den 22. Juli bekommt er auch gegen 2 Uhr Sommerzeit Besuch vom Mond. Im Zeitraum vom 30. Juli bis zum 3. August wandert der Mars auch nahe bei Uranus vorbei und am 21. Juli beginnt auf der Nordhalbkugel des Mars der Winter. Der Jupiter nähert sich seiner Opposition zur Sonne, dabei nimmt seine Helligkeit zu. Im Laufe des Monats geht er immer früher auf, seine Aufgänge verlagern sich von ca. 1 Uhr Sommerzeit zu Beginn des Monats auf ca. 23 Uhr zum Ende des Monats. In der Nacht vom 18. auf den 19. Juli erhält der Jupiter auch Besuch vom Mond. Wie auch der Jupiter nähert sich der Saturn seiner Opposition zur Sonne. Genau so nimmt auch seine Helligkeit deswegen zu. Zu Beginn des Monats geht der Ringplanet um ca. 23.37 Uhr Sommerzeit auf, am 15. um 22.41 Uhr Sommerzeit und Ende des Monats bereits um 21.36 Uhr Sommerzeit. Und auch er bekommt Besuch vom Mond und zwar in der Nacht vom 15. auf den 16. Juli. Der Uranus erscheint so langsam am Morgenhimmel. Mit einer lichtstarken Optik und guten Bedingungen kann man ihn so ab Monatsmitte tief im Osten erspähen. Neptun geht in den späten Abendstunden auf und man kann ihn mit einem Teleskop oder einem lichtstarken Fernglas aufsuchen. Die Erde selbst ist am 4. Juli an ihrem sonnenfernsten Punkt. Jetzt aber zum Fixsternhimmel im Juli 2022. Eingestellt habe ich in der Software den 15. Juli um 23 Uhr Sommerzeit. Da die Sonne im Juni und im Juli allerdings erst spät untergeht und es damit auch nicht so richtig dunkel wird, sind einige Beobachtungen, besonders was lichtschwache Objekte betrifft, nur schwer zu machen. Wir beginnen mal wieder mit einem Blick nach Süden. Hier im Süden sehen wir jetzt dann auch schon, wenn es dunkel ist, wenn wir unter guten Bedingungen, die Sommermilchstraße, die hier von Südosten so schräg Richtung Süden runterkommt. Und man sieht hier so ein milchiges Band, was man dort erkennen kann. Wenn wir direkt im Süden hochgehen, kommen wir zu leicht rechts daneben zu einem Sternbild, wo hier auffällig so ein größerer Becher zu sehen ist. Das ist das Sternbild Herkules. Dort im Herkules gibt es auch den sogenannten Herkulesnebel oder Herkuleshaufen, den M13. Das ist ein Kugelsternhaufen, der auch von Anfängern schon einfach aufgesucht werden kann und wenn es dunkel ist, auch zum Beispiel in einem Fernglas schon als nebliger Fleck erkannt werden kann und auch für Fotografieanfänger ein sehr gutes und einfaches Objekt ist. Man kann ihn ganz einfach finden, wenn man hier vom Herkules diese Becherform nimmt. Zwischen den beiden rechten Sternen ungefähr so zwei Drittel nach oben. Dort findet ihr dann den M13, diesen Kugelsternhaufen, der zu den sehr hellen Objekten gehört und deshalb auch sehr gut von Anfängern gefunden werden kann. Wenn wir uns jetzt ein kleines bisschen weiter drehen Richtung Südosten haben wir am Himmel drei relativ auffällige helle Sterne und zwar Deneb im Sternbild Schwan, Vega im Sternbild Leier und Altair im Sternbild Adler. Diese drei Sterne bilden das sogenannte Sommerdreieck. Das sieht so aus wie so ein großes Vorfahrtszeichen hier am Himmel. kann relativ einfach gefunden werden. Hier im Sternbild Leier ist auch ein planetarischer Nebel zu finden, der sogenannte Ringnebel. Der heißt so, weil wenn man ihn im Teleskop sieht, er so ein bisschen aussieht wie so ein in die Luft geblasener Rauchkringel. Auch er ist relativ einfach aufzusuchen, allerdings sollte auch hier der Himmel relativ dunkel sein, also zum Beispiel kein Mond und relativ spät in der Nacht, erst recht jetzt hier im Sommer, damit man ihn gut erkennen kann. Finden kann man ihn relativ einfach und zwar relativ auffällig ist im Sternbild Leier dieses Parallelogramm und bei diesen unteren beiden Sternen, so ziemlich genau in der Mitte, dort findet er dann diesen Ringnebel. Da muss man ihn ein bisschen höher vergrößern, wie bei den planetarischen Nebeln im Allgemeinen. Allerdings erkennt er dann wie so ein, ja es sieht so aus wie so ein in die Luft geblasener Rauchkringel. Also auch für Anfänger sehr leicht zu finden. Ein anderes Objekt, was auch sehr leicht zu finden ist, ist hier im Sternbild Schwan, der Kopf des Schwans, der Stern Albireo. Das ist ein Doppelstern und dadurch, dass sie hier relativ hell ist, also der Schwan sieht hier aus wie so ein großes Kreuz am Himmel. Und der vorderste Stern hier, der Albireo, wenn ihr den im Teleskop einstellt und entsprechend hoch vergrößert, seht ihr, dass das nicht nur ein Stern ist, sondern da könnt ihr erkennen, dass da zwei Sterne eigentlich sind. Und was sehr schön zu sehen ist, sind die unterschiedlichen Farben dieser Sterne. Einer ist mehr so bläulich-weißlich und der andere ist mehr so gelblich, vielleicht schon ein bisschen ins Orange gehende. Das heißt, hier hat man dann einen schönen Kontrast an diesen beiden Sternen, die auch sehr einfach aufzusuchen sind. Wenn wir jetzt hier uns von Südosten weiter drehen, haben wir hier dann auch das Sternbild Pegasus, das hier im Nordosten-Osten aufgeht. Pegasus ist auch ein relativ auffälliges Sternbild, gehört eigentlich schon zu den Herbststernbildern. Man sagt hier auch zu diesem viereckigen Kasten oft das Herbstviereck. Und direkt anschließend dort, hier Richtung Nordosten, allerdings um 23 Uhr noch sehr tief stehend, das Sternbild Andromeda. Anhand der Andromeda kann man auch relativ einfach den sogenannten Andromeda-Nebel finden. Das ist unsere Nachbargalaxie, daher auch der Name der Andromeda-Galaxie. Zu finden ist es, wenn man hier das Viereck, diese Sterne weiter verlängert, vom Viereck den zweiten Stern. Und dann nach oben bis zu diesem Stern und nochmal gerade weiter verlängern bis hierher. Hier steht es noch relativ niedrig, darum ist es nicht so gut zu erkennen. Falls ihr in der Nacht noch etwas wartet und das ganze Sternbild höher steht, könnt ihr hier auch, wenn es sehr dunkel ist, schon mit bloßem Auge einen nebligen Fleck erkennen. Oder auch mit dem Fernglas. Das ist dann die Andromeda-Galaxie. Auch die kann dann relativ einfach im Teleskop aufgesucht werden. Hier solltet ihr gar nicht so groß vergrößern, weil das doch ein relativ großes Objekt ist. Aber wie gesagt, das würde ich eher vielleicht ein bisschen später am Himmel machen. Später am Abend am Himmel aufsuchen. Nicht weit weg davon haben wir auch das Sternbild der Cassiopeia. Das hier so aussieht wie ein W. Darum sagt man hier auch zu diesem Sternbild oft das große Himmels-W. Und wenn man jetzt hier Richtung Norden geht, hier nach oben haben wir dann auch den Polarstern. Der Polarstern ist Teil des Sternbilds des kleinen Bären bzw. des kleinen Wagen. Ist hier der hellste Stern dieses Sternbilds. Aber im Gegensatz, wie viele meinen, nicht der hellste Stern an unserem Sternenhimmel. Sondern in diesem Umfeld ein relativ heller Stern. Was besonders an diesem Polarstern ist, ist, dass er von uns aus gesehen relativ genau im Norden steht. Und auch auf der Polachse, also auf der Drehachse der Erde steht. Das heißt, im Laufe der Nacht, wenn die Erde sich dreht, sieht es für uns so aus. Als ob sich die Sterne alle um diese Achse drehen und nur der Polarstern stehen bleibt. Das kann man schön erkennen, wenn man zum Beispiel Langzeitbelichtungen macht in diese Richtung. Dann bekommt man schöne runde Strichspuren, die sich so alle um den Polarstern drehen. Weiter Richtung Nordwesten, ein sehr bekanntes, auffälliges Sternbild. Der große Bär bzw. ein Teil davon ist der große Wagen. Der große Wagen, der ist relativ einfach zu erkennen. Wir haben hier so ein Parallelogramm. Das ist der Wagen selber und hier gehen dann noch drei hellerte Sterne weg. Das ist die Deichsel. Wenn man hier von der Heckklappe des Wagens so circa eins, zwei, drei, viermal verlängert, kommen wir auch zum Polarstern. Das heißt, der große Wagen ist auch eine gute Aufsuchhilfe für den Polarstern. Wir haben hier, wo diese Deichsel einen Knick macht, auch noch einen Doppelstern. Dann Alcor und Mizar wird auch oft Mizar, Alcor ist das kleine Reiterlein genannt, der Stern, der auf diesem Mizar reitet. Oder man sagt auch oft dazu der Augenprüfer. Das heißt, wenn man die beiden Sterne unterscheiden kann, hat man angeblich gute Augen. Das Schöne ist, wenn ihr hier nochmal weiter vergrößert, erkennt ihr auch, dass Mizar auch nicht nur dann ein Stern ist, sondern auch nochmal ein Doppelstern. Allerdings sind das optische Doppelsterne, also keine, die umeinander kreisen, sondern halt von uns aus gesehen zufällig grob in einer Achse stehen. Wenn wir dann weiter Richtung Westen drehen, sehen wir hier oben einen auffälligen, hellen Stern, der leicht rötlich ist. Das ist Arctur im Sternbild des Bärenhüter. Das Sternbild hier ist auch relativ einfach zu finden. Das sieht am Himmel so aus wie so eine große, überdimensionale Eistüte. Und etwas daneben dann so ein bisschen U-förmig, sage ich mal, die nördliche Krone, die dann so zwischen Herkules und dem Bärenhüter, dem Botes, stehen. Hier unten im Westen sehen wir dann auch noch, wie die Frühlingssternbilder untergehen. Wir haben hier noch den Rest vom Löwen, die Jungfrau oder hier das Haar der Bärenike, die dann so langsam jetzt im Laufe der Nacht im Westen verschwinden. Wenn wir dann wieder weiter drehen, sind wir hier auch schon wieder im Süden. Was wir im Süden hier auch noch sehen, ist noch ein Teil des Sternbildskorpion, das hier hochschaut. Und diese Uhrzeit mit Antares als Helmstern. Wenn ihr Sterne, die niedriger stehen, seht ihr auch besonders oft flimmern. Das liegt nicht an dem Stern selber, dass er flimmert, sondern das ist dann die Atmosphäre unserer Erde, wo das Licht durchkommt. Und durch Störungen der Atmosphäre, warme Luft, die aufsteigt und ähnliches, sieht es für uns so aus, als ob die Sterne flimmern. Was wir dann besonders bei hellen Sternen, wie der Spika oder dem Antares, die dann sehr tief stehen, besonders gut erkennen können. Und wenn wir dann auch hier nochmal Richtung Osten, Südosten schauen, relativ niedrig ist um 23 Uhr Sommerzeit dann auch der Saturn. Der ist hier noch ziemlich im Dunst, wenn ihr da auch noch ein bisschen wartet, seht ihr dann auch, wie der so langsam Richtung Süden wandert und immer höher dabei steigt. Der Saturn natürlich mit seinem Ring auch ein sehr schönes Objekt für Anfänger im Teleskop. Soweit zum Sternenhimmel, den ihr im Juli 2022 sehen könnt und auch zu den Planeten. Sternschnuppen sind im Juli nicht ganz so, aber da wartet mal bis August. Da kommen dann auch die Perseiden wieder, wo wieder ein bisschen mehr los ist. Wenn ihr euch solche Infos mal selber zusammenstellen wollt, kann ich euch hier dieses Buch empfehlen. Das Kosmos Himmelsjahr 2022, das ist ein Buch, das jedes Jahr neu rauskommt, wo immer die aktuellen Ereignisse und natürlich auch Finsternisse und ähnliches beschrieben sind und auch jeden Monat nochmal ein interessantes Thema ein bisschen näher behandelt wird. Ich hoffe, das Video war mal wieder interessant für euch. Über ein Abo würde ich mich riesig freuen. Einfach unten auf den Abo-Button klicken und auch die Glocke aktivieren, dann bekommt ihr jedes Mal Bescheid, sobald ein neues Video von mir rauskommt. Dieses Buch werde ich euch unten in der Videobeschreibung auch nochmal verlinken. Das heißt, wenn es interessiert, könnt ihr euch das gerne besorgen. Wie gesagt, das Jahr ist zwar schon halb vorbei jetzt dann im Juli, aber es lohnt sich trotzdem noch, falls ihr euch für solche Themen interessiert, so ein Buch zuzulegen. Hier gibt es jetzt dann noch weitere Videos von mir, vielleicht ist ja was Interessantes für euch dabei. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!